ich komme immer noch nicht drauf klar hallo heute testen wir von monster mega juicet also hier haben wir erstmal das design blauen hintergrund mit dem logo was umrandet ist mit schwarz und innen drin von leichten orange ins halt kräftigere orange übergeht hier sehen wir ein skelett mit gesichtsbemalung hier drüben auch und dort auch so also mal sehen ob da vielleicht früchte drin sind also fruchtsaft aus fruchtsaft konzentrat weiße traube mango kenne ich nicht tschuldigung alles gut apfel ananas passionsfrucht afrikose pfirsich orange und zitrone soll das drin sein zucker ist auch mit drin gut dann testen wir es auch direkt mal dafür habe ich wieder ein glas so also riecht schon mal fruchtig also die farbe orange dann probiere ich direkt mal ist ganz lecker schmeckt auch ganz gut sonst kann man machen ob ich mango rausschmecke steht da ja auch noch mal mango also ich kann recht gut mango rausschmecken orange für sich und ananas das kann ich relativ gut schmecken aber mehr eigentlich auch nicht bis zum nächsten mal schon schon wardsch Ich bin auf die Kulotusik.